Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute ein Shop My Stash Video für euch. Das habt ihr euch ja letztens von mir gewünscht. Ich hatte auf Instagram mal gefragt, was für Videos ihr gerne sehen möchtet. Und ganz, ganz oft wurde angefragt ein Shop My Stash Video. Es wurde auch sehr oft angefragt ein alte Favoriten Video, also dass ich alte Favoriten von mir nochmal rauskramen und nochmal erzähle, ob ich sie noch mag oder nicht. Das würde ich definitiv auch gerne noch machen. Ich muss mal gucken, in welcher Form ich das mache. Und es wurde natürlich auch sehr häufig nach einer Schminksammlung gefragt. Und die möchte ich natürlich auch irgendwann für euch drehen. Nur das Ding ist, mein Schminkplatz, so wie er hier ist, ist immer noch nicht komplett fertig. Und wir haben auch noch andere Baustellen in der Wohnung, die jetzt erstmal ein bisschen wichtiger sind. Also das steht jetzt erstmal so ein kleines bisschen hinten an. Und wenn ich eine Schminksammlung drehe und euch meinen Schminkplatz zeige, dann möchte ich natürlich auch, dass der wirklich komplett fertig ist, so wie ich ihn haben will. Ist jetzt nicht mehr krass was Großes, was da jetzt noch fehlt. Aber ich hätte gerne noch so ein kleines Regal zum Beispiel an der Wand. Das fehlt jetzt alles noch, dass ich da so ein bisschen, ja auch mal eine Palette hinstellen kann, die vielleicht auch schön aussieht so. Ja, also mal schauen. Also das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Es wird auf jeden Fall eine kommen. Das verspreche ich euch. Aber ich kann euch leider nicht sagen, wann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Heute Shop My Stash. Ich habe das jetzt mal ein bisschen anders gemacht. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich auch mal in die Schubladen reingefilmt habe und mit euch zusammen quasi ausgesucht habe, was ich tatsächlich sehr schwierig fand. Also ich habe mich vorher nicht damit auseinandergesetzt, was an den Schubladen drin ist, sondern ich habe einfach drauf los, die Schublade aufgezogen, draufgehalten, die Kamera und habe gefilmt und habe dann entschieden. Aber es war ziemlich schwer, muss ich ehrlich zugeben. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das Ganze habe ich übrigens, also diese kleinen Sequenzen mit der Schublade, war ein bisschen einfacher für mich, mit dem Handy zu filmen. Also falls die Qualität irgendwie anders ist, nicht wundern. Ich finde aber die iPhone-Qualität trotzdem ganz gut, muss ich sagen. Also ich mag meine Kamera immer noch lieber, aber nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich würde sagen, bevor die Einleitung ultra lange wird, zeige ich euch jetzt einfach kurz die Sequenzen, was ich mir alles rausgesucht habe. Und dann schminken wir uns damit zusammen. Dann fangen wir jetzt erstens an mit der Primer-Schublade. Da sind einige drin, die ich jetzt schon länger nicht mehr benutzt habe, wie ihr sehen könnt. Manche davon kennt ihr vielleicht auch noch. Hm, das ist eine Foundation, die gehört da eigentlich sonst nicht rein. Aber weil ich die oft benutze, habe ich die jetzt immer da drin. Ich glaube, ich bin total unentschlossen, den Smashbox Primerizer habe ich jetzt ja schon sehr, sehr lange nicht mehr benutzt. Auf den hätte ich eigentlich mal wieder Lust. Den liebe ich, das wisst ihr. Auch lange nicht benutzt, habe ich von Love Cosmetics diesen Perfectitude, der ist auch schon fast leer. Da ist nur noch ein bisschen was drin. Ich weiß auch gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Das müsste ich auch mal irgendwie rausfinden. Also der wäre in der engeren Auswahl vielleicht. Den habe ich ja erst seit letztem Jahr. Den habe ich auch schon eine Weile nicht mehr benutzt, aber mochte ich auch immer super gerne. Den habe ich ja letztes Jahr non-stop benutzt. Den lassen wir mal raus. Oh, den von How Cosmetics habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr genommen. Obwohl ich den ja letztes Jahr total geliebt habe. So im Frühling finde ich den irgendwie immer mega schön. Aber irgendwie lässt das Frühlingswetter jetzt auch so ein bisschen auf sich warten derzeit. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich glaube tatsächlich, dass ich den von, ich habe voll daneben gegriffen, den von How Cosmetics jetzt mal benutzen werde. Dann haben wir schon mal unser erstes Produkt. Foundations sind in dieser Schublade. Da wisst ihr ja auch, was ich am liebsten mag, sind eigentlich Foundations, die so ein leichtes Finish haben. Also eine leichte Deckkraft, was ich ja zum Beispiel sehr mag, ist von Coasters. Dieses Tinted Face Oil, das mochte ich ziemlich gerne. Oder auch die beiden Foundations. Also das ist das gleiche von Revolution, die Pro Drops. Aber die habe ich jetzt ständig benutzt. Was habe ich denn schon länger nicht mehr benutzt? Von Fenty Beauty zum Beispiel, die Hydrating Foundation. Die habe ich schon länger nicht mehr benutzt. Oh, meine Light Wonder von Charlotte Tilbury. Das könnte in die innere Auswahl kommen. Ja, ansonsten meine MAC Face & Body habe ich auch schon lange nicht mehr genommen. Aber da habe ich jetzt irgendwie gerade nicht so Lust drauf, muss ich irgendwie sagen. Da reizt mich gerade nicht so. Von Charlotte Tilbury, die Foundation könnte auch noch was sein. Die habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr genommen. Die Luminous, die mochte ich ja auch sehr, sehr gerne. Dazu hatte ich auch eine Review gemacht. Aber ich vermute fast, ehrlich gesagt, dass ich am meisten Lust habe auf die Light Wonder. Dann nehmen wir jetzt die. Und hier unten sind dann auch noch meine Concealer. Und ja, das ist sowieso eine totale Kramschublade, ich weiß. Da sind meine Concealer. Da habe ich zum Beispiel hier von By Terry, jetzt ist mir der Name nicht eingefallen. Den Denzelis Concealer, den mochte ich immer total gerne. Den habe ich auch schon ewig nicht mehr genommen. Das wäre eine Option. Ja, ansonsten von Nabla ist da noch einer mit drin. Den mochte ich immer sehr gerne. Von Essence, der war ja in meinen Favoriten zu Weihnachten. Also meinen Glüte-Jahres-Favoriten. Dann haben wir von Jolie. Oh, den mochte ich auch immer sehr gerne. Ja, es fällt mir echt schwer, hier was auszusuchen, muss ich gerade sagen. Benefit haben wir noch drin. Hier sind die von It Cosmetics. Aber die haben wir jetzt zu einer hohe Deckkraft. Das brauche ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, nehmen wir den von Jolie, den ich übrigens in zwei Farben habe. Also hier habe ich den einmal in Snow und ich glaube, die andere Farbe hieß Lace. Ich glaube tatsächlich, der von Jolie musste mal wieder... Ich nehme aber beide Farben gleich mit. Dann habe ich hier auch so ein bisschen meine Augenbrauen-Schublade. Also ihr seht schon von Benefit so ein Augenbrauen-Pinsel. Dann habe ich hier von Milk das Cashfiber-Brow-Gel. Das ist hier auch so ein gefärbtes Augenbrauen-Gel. Dann habe ich hier meine Car-Brow-Pomade mit drin. Und auch noch gleich Nachfüllprodukte. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt einfach mal diesen Stift nehme. Den habe ich nämlich auch schon länger nicht mehr benutzt. Bei Augenbrauen ist meine Auswahl immer nicht so groß, weil ich irgendwie nicht so der Augenbrauen-Junkie mehr bin. Also ich nehme jetzt einfach den hier, den Brow-Styler. Lidschatten-Paletten wird auch so ein schwieriges Thema. Da haben wir jetzt auch massig Auswahl. Und ich bin irgendwie echt ein bisschen überfordert gerade. Also ich würde mal hier unten sind meine ganzen Pat McGrath-Paletten mit drin. Die würde ich jetzt erst mal konsequent ausschließen tatsächlich. Ja, also die Schublade können wir eigentlich gleich wieder zumachen. Da ist jetzt nichts drin, was mich so total anspricht. Die beiden habe ich noch gar nicht benutzt. Das sind die von Luna Beauty. Die muss ich endlich mal benutzen. Ja, die obere Schublade, hier sind meine ganzen Natasha Denona-Paletten drin. Das wäre vielleicht eine Option. Denn da habe ich manche auch schon länger nicht mehr genommen. Und ich hätte zum Beispiel sehr Lust, mal wieder die Metropolis- oder Gold-Palette zu benutzen. Also das wäre vielleicht eine Option. Und hier unten habe ich dann irgendwie sämtliche Paletten durcheinander gemixt. Ich glaube, die Schublade bricht irgendwann auch ab. Die nehme ich mal raus. Die zählt jetzt nicht. Die ist ja noch recht neu. Da sind meine ganzen Anastasia Beverly Hills Lidschatten-Paletten zum Beispiel drin. Die habe ich im Prinzip ja alle schon nicht mehr eine Zeit lang benutzt. Also Lust hätte ich auf jeden Fall zum Beispiel auf die Kali-Bible-Palette. Die mochte ich ja auch super gerne. Die kommt auf jeden Fall mal raus. Lise Cosmetics, würde ich sagen, steht jetzt nicht zur Auswahl, weil die benutze ich auch ständig. Die anderen sprechen mir jetzt irgendwie gerade nicht so an. Die hatte ich, glaube ich, schon mal in einem Shop My Stash. Too Faced habe ich jetzt auch nicht so Lust drauf. Und ich glaube, Colourpop hatte ich auch schon mal in einem Shop My Stash. Also ich würde sagen, ich bleibe bei der Kali-Bible. Hier sind dann noch so ein paar Face Sprays mit drin. Die habe ich zum Beispiel von Glow Recipe. Dieses Ultrafein Mist Spray. Mein Morphe Spray, was ich auch schon ewig nicht mehr benutzt habe. Das benutze ich irgendwie immer nur zum Anfeuchten von Lidschatten. Keine Ahnung warum. Aber ich glaube, es gibt bessere Gesichts-Sprays deswegen. Das habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Aber das ist für mich auch eher irgendwie was für den Sommer. So, um wirklich Make-up zu setten halt. Das ist ein Reinigungsöl. Das hat da eigentlich gar nichts verloren. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das von Morphe. Weil das habe ich, wie gesagt, schon länger nicht mehr genommen. Dann kommen wir jetzt zur großen Highlighter-Auswahl. Ui, 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 was nehmen wir an da? Das ist auch eine Frage. Ich habe so viele Highlighter. Zum Beispiel von Becker habe ich ja einige auch schon sehr, sehr lange nicht mehr benutzt. Also das könnte vielleicht eine Option sein. Mein allerliebster Nabler Ozone. Den benutze ich ja quasi ständig. Also der zählt leider nicht mit rein. Den habe ich auch schon sehr lange nicht mehr benutzt. Den Citroën von Joë. Und den liebe ich ja eigentlich. Also da wird es auch mal wieder Zeit, den zu nehmen. Dann haben wir hier von The Balm. Ach, jetzt musste ich erst überlegen, wie es heißt The Balm. Der Mary Luminizer. Der ist ja auch super bekannt. Den habe ich auch schon länger nicht mehr benutzt eigentlich. Dann haben wir da hinten noch so ein paar Paletten. Die haben auch schon länger als Tageslicht nicht mehr gesehen. Also außer die Hourglass Palette. Aber zum Beispiel diese hier von Becker. Die habe ich auch schon länger nicht mehr genommen. Oder von Charlotte Tilbury hier dieses. Aber ich glaube, das war auch schon mal ein Shop-Mistage. Die sieht auch schon gut abgerockt aus ein bisschen. Aber wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach, was ich zuerst dachte. Ich nehme jetzt einfach von Joë. Mein Citroën Highlighter. Den habe ich schon so lange nicht mehr benutzt. So, man sieht unseren Rauchmelder. Ja, und den habe ich immer so sehr geliebt. Es wird mal wieder Zeit, den zu nehmen. Dann kommen jetzt die Blushes. Ihr wisst, ich habe einen kleinen Blush-Tick in den letzten Jahren entwickelt. Auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht man auch. Meine allerliebsten Creme- und flüssigen Blushes sind hier meistens vorne. Also ihr könnt zum Beispiel hier von Nude Sticks die sehen. Die von Mitchell. Dann haben wir die von Milk Cosmetics hier drin. Dann habe ich auch noch welche von M Cosmetics. Diese Serum-Blushes. Also hier sind eigentlich mehr so die cremigen und flüssigeren Texturen. Auch das ist hier eine flüssige Texture. Dann haben wir die von Charlotte Tilbury, die ich sehr liebe. Sie hat ja auch noch diese Sticks. Die sind ja auch quasi cremig. Von Marc Jacobs. Aber die benutze ich auch ständig. Die habe ich letztes Jahr auch ganz oft benutzt. Genauso wie die. Also das wäre jetzt eigentlich prinzipiell nichts, was in einen Shop My Stash dann gehört. Finde ich. Hier habe ich noch so eine Tasche sogar von Nude Sticks. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr genommen. Die Glowgasm-Palette hieß die so? Ja, Glowgasm-Face-Palette. So sah die ja aus. Die hat ja auch so ein bisschen die Geister gespalten, wo sie rauskam. Ich habe die ja total geliebt, aber ich weiß, dass auch ganz viele die nicht gut fanden. Ich habe sie auf jeden Fall geliebt, aber die nehmen wir jetzt mal nicht. Ich sehe da hinten noch so ein paar andere Sachen. Das ist auch so eine dämliche Verpackung. Die hasse ich ja wirklich. Das ist so unpraktisch. Aber das, was da drin ist, ist halt so schön. Moment, ich zeige es euch mal. Der ist so schön, der Blush. Ich liebe den ja voll, aber die Verpackung ist echt mega und praktisch einfach mal. Die von Cover FX habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr genommen. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach die Farbe hier. Das ist die Pink Dahlia Farbe und ich glaube, die könnte auch ganz gut zu der Lidschattenpalette passen, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Und dann brauchen wir nur noch einen Bronzer. Und da ist die Auswahl jetzt nicht übermäßig groß, aber ein bisschen Auswahl gibt es trotzdem. Da ist jetzt wirklich die Frage, was davon habe ich länger nicht mehr benutzt. Ich weiß es gar nicht. Also den von Tom Ford habe ich auf jeden Fall schon länger nicht mehr genommen. Den von Tarte auch schon länger nicht mehr. Den von Charlotte Tilbury. Ja, letztes Jahr auf jeden Fall. Aber wann, könnte ich jetzt auch nicht sagen. Ich nehme halt derzeit sehr häufig immer noch den von Becca. Den hier benutze ich auch ganz oft und neuerdings ja auch den hier. Und natürlich die von Fenty Beauty, wobei ich sagen muss, den Bruder Bronzer davon habe ich auch schon länger nicht mehr genommen. Ich habe in letzter Zeit halt immer den Cream Bronzer benutzt. Ja, Physicians Formula und Too Faced habe ich auch schon eine Weile nicht mehr genommen. Aber worauf hätte ich jetzt spontan Lust? Das ist immer die Frage, ne? Ich glaube, ich nehme jetzt einfach den von Fenty. Den Indersan. Kriege ich den auf mit einer Hand? Gibt ihn nicht. Nein? Oh, aber er hat sich beim Fallen ein bisschen geöffnet. Jetzt kriege ich ihn nicht drauf. Mein Gott! So sieht der aus. Also ich glaube tatsächlich, den nehmen wir jetzt einfach. Dann fehlt jetzt so noch was für die Lippen. Da sind meine Lippenstifte drin. Was ich schon super lange nicht mehr genommen habe, sind auf jeden Fall die ganzen von MAC. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt gar keinen Bock, mir die alle anzugucken. Es sind einfach so viele, wo ich jetzt auch gar nicht weiß, wie die innen alle aussehen. Ich habe so viele Limited Editions auch gehabt. Ich weiß aber auch, dass ich lange nicht die von Tom Ford genommen habe. Und weil ich jetzt nicht weiß, welcher vielleicht am Ende zum Look besser passt, nehme ich jetzt einfach beide. Ich weiß auch, dass mir jemand kommentiert hat, dass sie von Tom Ford immer nicht lange halten, dass sie schnell schlecht werden. Und deswegen nehme ich die jetzt einfach. Umso mehr ich sie benutze, umso besser. Und dann haben wir noch die Gloss Schublade. Beziehungsweise es sind, glaube ich, nicht nur Glosse. Ich habe auch hier die von Yves Saint Laurent drin. Das waren ja diese quasi wie Liquid Lipsticks, nur nicht ganz so krass. Also die sind ein bisschen zurückgenommen. Der ist noch zu neu. Die habe ich schon länger nicht mehr genommen. Die von Fenty nehme ich ja oft. Also die könnte ich eigentlich theoretisch jetzt gar nicht mit reinzählen lassen. Die habe ich ja wirklich häufig benutzt. Obwohl ich natürlich Bock drauf hätte. Lange. Ach, das war sehr clear. Boah, die haben schon so schöne Lipglosse, ey. Also Fenty macht wirklich mit die schönsten Lipglosse. Aber ich glaube tatsächlich, die von Hourglass waren lange nicht mehr dran. Da nehme ich jetzt auch einfach mal beide mit. Wobei ich glaube fast, dass der Pink... Ich kann irgendwie Sachen mit einer Hand nicht halten. ...dass der Pinkton ein bisschen besser passen könnte. Oder dieser etwas movigere Ton. Aber ich nehme die mal beide einfach. So, jetzt habt ihr gesehen, was ich mir alles rausgesucht habe. Ich freue mich sehr doll, dass ich jetzt wieder ein paar Sachen mit einbinden kann, die ich schon länger nicht mehr genutzt habe. Die ich aber sehr, sehr, sehr geliebt habe. Und jetzt einfach mal, ja, die ein bisschen Raum wieder kriegen. Ich werde gleich auch noch ein bisschen näher rutschen, dass ihr ein bisschen eine größere Aufnahme von La Gesicht habt. Und hoffe, dass das mit den Lichtern klappt. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit den Lampen. Denn ich drehe ja noch für meinen anderen Kanal mittlerweile, für meinen Buchkanal. Und da muss ich, weil es ja auch in einem komplett anderen Raum ist, wo ich da drehe, die Lichtverhältnisse ständig anpassen. Und jedes Mal sitze ich dann hier und fumme rum und überlege wieder, wo muss ich es jetzt heller machen? Wo muss ich es jetzt dunkler machen? Es ist, äh, it's intense. Aber es ist nun mal so. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an. Ich quatsche schon wieder viel zu viel rum. Und wir fangen natürlich an mit dem How Cosmetics Pearl Shine Elixier. Ich freue mich schon sehr drauf. Das war immer so mein Frühlings- und Sommerfavorit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Frühling ist dieses Jahr bei uns noch nicht richtig angekommen. Also ich weiß nicht, so richtig schöne Frühlingstage hatten wir bisher noch nicht. Deswegen habe ich das auch bisher immer sehr stiefmütterlich behandelt. Aber es wird jetzt mal wieder Zeit. So, ich bin jetzt etwas näher an die Kamera rangerutscht. Und ich hoffe, das klappt jetzt, wie gesagt, mit dem Licht. Ich habe es jetzt ein bisschen dunkler extra gemacht, dass es nicht so komplett hell ist. Und als erstes gebe ich mir hier so ein bisschen was von dem How Pearl Shine Elixier. Erstmal mache ich hier diese fulstigen Haare weg. Ich weiß auch nicht, was hier heute los ist übrigens. Ich komme heute aus Fusselhausen. Ich habe vorhin Haare gewaschen und am ersten Tag sind die dann immer so ultra plüschig. Eigentlich wollte ich auch gestern Haare waschen. Ich denke mal, viele von euch kennen dieses Problem, dass man seine Haarewaschtage danach aussucht, was man vielleicht nächsten Tag macht, also wo sie besser aussehen müssen. Bei mir ist es nämlich immer so, dass die am zweiten und dritten Tag am besten aussehen, die Haare. Das heißt, wenn ich weiß, okay, ich filme sonntags jetzt immer für YouTube, dann wasche ich sie freitags oder samstags. Heute habe ich sie aber erst Sonntag gewaschen. Und deswegen sehen sie jetzt so fusselig aus. Ich wollte gestern, aber ich kam leider nicht dazu. Ja, weil ich so viel anderen Krams zu tun hatte. Und irgendwie war es dann auf einmal 21 Uhr und da dachte ich, na jetzt brauche ich auch nicht noch anfangen. Ich liebe dieses Pearl Shine Elixier. Ich habe das so vermisst. Das merke ich jetzt gerade richtig. Guckt euch doch mal an, was das für ein schönes Hautbit alleine schon zaubert. Ach Mann. Ich hatte vorhin auf Instagram so einen krassen Filter gesehen, so ein, ich weiß gar nicht wie der heißt, Plastik-Surgery-Filter, wo man dann so ganz dicke Lippen hat und hier so die Wangen so hervorstehen. Ja, als wäre das alles so unterspritzt. Der war furchtbar, der Filter an mir auf jeden Fall. Und was der aber hatte, einen richtig schönen Glow. Und den habe ich jetzt auch, ohne dass ich die Operationen hatte. Weiter geht's mit der Charlatanry Light Wonder Foundation. Die habe ich auch schon so lange nicht mehr benutzt. Und das liegt einfach auch daran, dass ich so viele Foundations mittlerweile habe. Dass man dann irgendwie immer andere benutzt. Als die, ja, ich meine, ich habe viele, die ich liebe mittlerweile. Es ist immer einfach so. Und man hat halt leider auch bloß ein Gesicht, ne? Das ist das Hauptproblem. Ich denke mal, es liegt aber auch immer noch so ein bisschen an der Situation. Jetzt aktuell im Alltag schminke ich mich halt nicht, weil ich mir immer denke, wozu, wenn alles in der Maske hängen bleibt. Ich habe da wirklich überhaupt keinen Nerv für. Und bei uns auf Arbeit kommen ja auch keine Kunden jetzt, solange der, ja, solange halt alles ist, wie es ist. Also sieht ja auch keiner, wie ich aussehe. Ja, insofern lasse ich das halt. Und dann kann man natürlich auch weniger Foundations benutzen, wenn ich mich dann bloß einmal am Wochenende für ein Video schminke oder so. Man kann ja auch niemanden treffen. Ist ja jetzt nicht mehr so, dass ich irgendwie sage, ja, ich treffe mich heute mit einer Freundin und mache mich da irgendwie ein bisschen hübsch für. Geht ja auch alles nicht so richtig. Ach ja, ich weiß schon, warum ich die Foundation so liebe. Ich finde, man sieht das einfach sofort. Das sieht so, so schön aus. Das ist eine meiner Liebsten. Eigentlich müsste ich mal so einen Foundation-Vergleich machen. Weil ich habe ja viele, die so leichte Deckkraft haben und so ein bisschen glowy sind und strahlend sind. Und welche dann davon sozusagen die aller, aller, allerbeste ist. Aber ich glaube da, ich weiß nicht, ob es da eine richtige Entscheidung geben könnte. Wenn ich alle mag. Das ist übrigens auch eine Foundation, die ich super lange in meiner Sammlung habe. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mir die damals geholt habe, wo es die noch nicht in Deutschland gab. Also das ist schon ultra lange her, dass ich die habe. Das ist wirklich so eine mit der ältesten in meiner Sammlung, würde ich behaupten. Und die ist immer noch gut. Also sie riecht nicht komisch. Sie fühlt sich nicht komisch auf der Haut an. Normalerweise soll man die, hier hinten steht drauf, zwölf Monate verwenden. Die ist definitiv schon, ja, mindestens viermal so alt. Aber, wie gesagt, also wenn die irgendwann mal kippt, ich glaube, das merke ich, wenn die dann irgendwie merkwürdig anfängt zu riechen oder so. Oder wenn die vielleicht trotz Schütteln hier rauskommt und sieht komisch aus. Ich meine, ich weiß ja, wie die Farbe aussieht, dann würde ich die auch mal weghauen. Aber solange, wie sie noch einwandfrei funktioniert, nehme ich sie auch gerne noch. Dann kommen wir jetzt zu dem Jouer Concealer. Da habe ich, wie gesagt, die Farbe Snow und Lace. Lace ist eher so ein bisschen, ja, meine Hautfarbe und Snow, wie ihr sehen könnt, ist schon sehr, sehr hell. Ich mixe die jetzt einfach so ein bisschen. Aber wir brauchen auf jeden Fall nicht viel Produkt, weil da ist die Deckkraft schon ein bisschen höher als bei der Foundation. Dann gebe ich mir so ein bisschen Snow hin. Und dann tupfe ich noch Lace dazwischen. Und dann habe ich gerade leider auch noch 1, 2 Pickelchen und da gebe ich mir jetzt auch noch mal die Farbe Lace so ein bisschen rauf. Das verteile ich dann meist ganz gerne auch mal mit dem Finger. Und dann mit dem Schwämmchen noch mal drüber. Aber so habe ich ein bisschen mehr Deckkraft. Wisst ihr, was ich gerade merke? Ich habe hier gar keinen Puder rausgesucht. Ups. Aber Puder ist jetzt auch nicht super, super spannend. Ich nehme jetzt einfach von Hourglass das. Das habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr benutzt, weil ich in letzter Zeit immer das von Cosas nehme. Also insofern. Dann nehme ich jetzt den Fenty Beauty Bronzer in der Farbe In the Sun. Und ich nehme jetzt mal wieder den Smith Cosmetics Pinsel. Den habe ich auch schon ultra lange nicht mehr genutzt. Irgendwie nehme ich immer in letzter Zeit den von Sonja G. Die sind irgendwie immer, die echter Pinsel sind einfach noch mal ein Stückchen weicher und verblenden das irgendwie meist besser. Deswegen, aber heute nehme ich mal wieder den von Smith Cosmetics. Irgendwie habe ich hier so ein Fussel. Dann kommen jetzt die Augenbrauen. Und dann nehme ich von Benefit den Brow Styler in der Farbe 2. Gucken. Ich habe ihn auch schon länger nicht mehr benutzt, aber ich benutze, um ehrlich zu sein, halt meistens den Brow Micro Filling Pen. Der ist einfach mein Follorid. Was ich auf jeden Fall derzeit nicht so häufig benutze, sind irgendwelche Augenbrauen Pomaden. Ich weiß nicht, da steht mir irgendwie überhaupt nicht der Sinn nach. Dann gucken wir jetzt mal, was wir Schönes an Lidschatten benutzen. Ich habe mir ja ausgesucht von Carly Bible die Palette, andersrum von Anastasia Beverly Hills, die Carly Bible Palette. Ich nehme als erstes von Wayne Goss den Pinsel mit der Nummer 17 und gehe in die Farbe Bible. Das ist dieser Ton hier oben. Dann gehe ich hier hinten in den Ton Bowie rein, so ein bisschen zumindest. Okay. Dann nehme ich die Farbe Libra und ich habe hier von Letizia Le Marc den Pinsel CC. Und dann gehe ich noch in die Farbe Mo. Dieser Ton hier und mixt das so ein bisschen mit dem Rosaton hier oben. Das ist Bowie. Und ich nehme dafür einen Zoeva 238 Pinsel. Und das gebe ich mir dann so ein bisschen an den inneren Augenwinkel. Eyeliner und Mascara habe ich mir jetzt nicht extra ausgesucht, aber da gibt es auch theoretisch keine alten Favoriten. Ich habe irgendwie auch nicht sehr viele. Also insofern, da benutze ich jetzt einfach wie immer meinen KVD Vegan Beauty Tattoo Liner in der Farbe Trooper, also schwarz. Und benutze aktuell von, wo habe ich sie, wo habe ich sie? Hier unten. Von Benefit D. Die Air Real Magnet Mascara. Benutze ich mal schnell und dann bin ich wieder da. Dann kommen wir jetzt zum Blush-Teil. Wie gesagt, da habe ich von Cover FX den Monochromatic Blush Duo in der Farbe Pink Dahlia. Ich muss aufpassen, wahrscheinlich, dass das jetzt nicht zu pink wird. Ich mixe auf jeden Fall beide Seiten zusammen. Und ich benutze von Zueva den 127. Ihr wisst ja eh, dass ich immer ein bisschen mehr Blush mag. Von daher, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und ich mag die Blushes so gerne von Cover FX. Ich muss die wirklich öfter benutzen. Definitiv. Dann kommen wir jetzt zu einem meiner liebsten, liebsten, liebsten Parts. Highlighter. Ich nehme von Zue, wie gesagt, den Citrine. Und ich glaube, man kann auch schon so ein bisschen sehen, dass ich den öfter benutzt habe und sehr liebe. Nur jetzt schon länger nicht mehr benutzt, weil ich den von Nabla so oft nehme. Der ist halt auch einfach mega schön. Deswegen habe ich doch überhaupt kein schlechtes Gewissen. Naja gut, ein bisschen schon, weil ich den von Citrine, äh den Quatsch von Zueva auch sehr geliebt habe. Ich finde den auch immer noch so, 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 so schön. Der Citrine Highlighter und das, ähm, Pearl Shine Elixier von How Cosmetics. Das habe ich ja auch immer im Frühling. Vor zwei Jahren habe ich das, glaube ich, so oft benutzt im Frühling. Da habe ich das wirklich rauf und runter getragen. Das ist einfach so eine schöne Kombination. Und ich benutze jetzt kurz von Morphe das Setting Mist zwischendurch. Und dann gehe ich nochmal, wenn die Haut noch so leicht feucht ist, mit dem Highlighter rein, weil das knallt dann immer nochmal doppelt so doll. Aber erstmal müssen die fusseligen Haare jetzt zur Seite. Dann habe ich jetzt, wie gesagt, von Tom Ford die beiden Lippenstifte. Einmal die Farbe Blush Nude und der andere hieß All Mine. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Das weiß ich jetzt schon. Das wird schwierig. Das ist der Blush Nude. Und den All Mine habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Das ist jetzt das erste Mal. Ich glaube, der passt sogar ein bisschen besser heute. Das ist der All Mine. Ich glaube, den nehme ich heute, ja. Das ist jetzt quasi die Premiere. Und dann nehme ich jetzt noch den Sublime Gloss in der Farbe Unreal von Hourglass. Das sieht auch schon richtig eklig aus, die Verpackung, ey. Dann ziehe ich mir schnell jetzt nochmal was anderes an. Raus aus den Schlabberklamotten. Und dann sehen wir uns nochmal kurz. Dann ist das jetzt der fertige Look. Ich bin super, super, super zufrieden. Und ich habe mich wieder aufs Neue in einige Produkte verliebt. Ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, in welches am meisten. Aber ich glaube tatsächlich in die beiden Base-Produkte am meisten. Also der How Cosmetics Primer in Verbindung mit der Foundation von Charlotte Tilbury hat einfach so ein unfassbar schönes Hautbild. Ich glaube, die Kombination muss ich jetzt wirklich mal wieder öfter benutzen. Und dafür bin ich dann wirklich sehr froh, dass ich solche Shop My Stash Videos auch schon mal gemacht habe. Und jetzt auch wieder gemacht habe. Und vielleicht in Zukunft auch mal wieder öfter mache. Ja, weil man dann einfach wieder alte Favoriten ausgräbt. Dann soll es das mit dem Video jetzt auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der Look am Ende hat euch gefallen. Und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt. Und vor allem passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss! 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 Vielen Dank.